willkommen zurück zu let's play together warframe mit schnorra lp und fuber lp hallo probieren jetzt das attentat stufe 20 bis 25 was war und hoffen und hoffen dass wir nicht nach zwei minuten tot sind sondern nach drei nach drei mindestens toll jetzt wollen die ja mit staubsaugen noch nicht ablenkt in der konzentration dein meisterschaftsrang muss mindestens fünf oder höher sein um diesen ort zu betreten deshalb lade ich hier so wir gucken uns den planeten so lange an dann müssen wir was anderes spielen wie wäre es denn mit dann noch lecker wenn euer asia eine auslöschungs mission und auslöschung lösung ist doch lange das schön einfach deshalb ist dann hätten wir noch eine luhr verteidigung das ist ja oder noch eine gefangennahme die ganz erste mantel vielleicht denkt ja das ist schon gespielt und die war bei mir nur freie gegeben ich wüsste keine ahnung so bis jetzt da oder nicht ich bin da ja ja oder wir spielen den netze lua ja manchmal nur noch mal verteidigung gut dann drückt doch mal ach so du bist gar nicht in der gruppe wusste es eine fröhheit akzeptieren bitte warten bitte warten und zur auswählung und annehmen auf geht's ab geht's drei tage woche das ist bestimmt noch mal die gleiche was wir eben hatten wird das ja dann nicht schlimm naja aber die sind hier drüber müssen stärker als trinken das ist dann schon schlimm ganz schlimm ist es ist die gleiche und wie gibt es hier gar nichts weiter ist echt die gleiche ich kann mich ja nur dran erinnern das ist schnell was kannst du dich nicht nur dass das war hier eben auch durch ihren sind was kriegst du jetzt wo auch die paar das ist ja frisch ist meine frischheit diese hier hinten sind so eine blumen sonnenlicht jadeblatt die könnte es ja aussehen den kunst konnte man denn dort hat herstellen jetzt müssen wir wieder nach oben und du läufst wie so ein bauer er gibt die gleich bauer der große sauerung macht heute in das ist ja noch mal ich soll 30 gegner tun dann machen wir das schon 6 so meine seite ist fertig 8 und wo ist weil die sind abgehoben ich habe mir ein Ziel vielleicht rutschen was war das denn damit kommen auch welche noch fünf muss ich angeben es steht ja immer da ich lese so kurz vor du kannst lesen es tut den Privilegien immer ob es geschafft jetzt kommen ein paar mehrere ich bin hier wir sterben ein paar mehrere mehrere kommen da aufpassen wo kommst du denn her mein kleiner noch geht es ja aber wenn die erstmal böse werden ei 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 die die hauen sie auf unser auf unseren Pott ja dann verteidige die doch mal kriegst du ja wohl kriegst du ja drei Seiten kriegst du das nicht alleine hin oder was oh hallo ei 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 ja letzte welle jetzt haben wir schon ganz schön auf den pot ein jetzt kommen und dessen worten eine ablenkung dies nicht schlecht jetzt ohne vitalität das ging doch jetzt aber eigentlich ganz wie sie noch die welle ist doch fast hätte ich wenn du willst können wir noch weitermachen und dann meinst du wir packen ja jene immer fünf könnten wir noch packen na dann los ansonsten noch mal pech das haben wir jetzt auch so um getan überhält setzt diese karte dort das ist ja super jetzt ist mein schild wieder runter wo wird sie an die raketen das ist jetzt aber wesentlich schwerer ich bin auch gleich ach du scheiße noch mal fünf können wir schaffen der potter ist dauer so auch liegst du am boden wieso denn das wäre ich auch tot vor noch tausend nicht aufnehmen nein verkehrt ihr den pot macht den ulti keine ahnung wird nur nicht den letzten ab alter das packen wir nie damit der pot sich erst mal wieder aufregt ich bewegen jetzt am besten sonst kommt der vor wird einfach stehen ja ich okay ob jetzt guckt er da oben schon rum aber er schießt nicht aber anders überhaupt also ich hatte sieben fachen schnittschaden oder sowas auf mir drauf keine ahnung ich glaube ich wurde nur von den massenfeinden getötet ja die war das schild sofort weg wird sofort gleich wieder aufgenommen und das war auch mal dein schild und wo hinstellen wenn schild hinstellen bei dieses so da kommen jetzt aber massen so jeder da boah ich krieg schon wieder den fetzlich schildschaden wenn mir geht es momentan noch so jetzt ist mein schild da oben so jetzt schon wieder das schild da geht er mich auf den sinkel ich muss da jetzt wieder warten ich muss sie aufleben ich muss noch etwas zum einsammeln mal jetzt geht er gar nicht mehr auf 500 so jetzt ist er wieder voll wo stand ich mir gerade das war eigentlich gar keine so schlechte kursen kommst du wieder? ja ich wollte die bis gleich am eingang abknallen ohne Mod oh shit ich bin dauernd ist schlecht verteilt ihr mal weiter ja schon sehr gut spitze bedanke mich bedanke mich tschüss ja süß war doch nochmal erfolgreich ja 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 ja